Hey ihr Rock'n'Roller da draußen, herzlich willkommen bei www.playgitar.de und unserem Wikileak. Heute habe ich euch ein kleines Dingelchen mitgebracht, das kennt jeder von euch. Achtet mal drauf, was ich jetzt spiele. Achtet mal drauf. Worum es mir hier geht, ist euch auf einfache Art und Weise beizubringen, wie ihr mit den Fingern spielen könnt und gleichzeitig Achtelnoten mit dem Pick schrammelt. Dazu nehmen wir uns erstmal das Smoke on the Water Lick, dürfte allen von euch bekannt sein, für die, die es noch nicht kennen. Einmal nochmal kurz. Ringfinger und kleiner Finger, fünfter Bund, D und A-Seite. Dann Zeigefinger, dritter Bund, G, D und fünfter Bund, wieder kleiner Finger, Ringfinger auf G und D und dann sechster Bund. Einfach als Backslide in den fünften. Zupfe ich an mit Mittelfinger und Ringfinger der rechten Hand. Und jetzt kommt der Bass. Jetzt spiele ich 0, 1, 2, 3 mit meinem Pick. Jetzt schlagen wir mit dem Pick einfach das D durch. Für die Fortgeschrittenen. Die dürfen dann noch 0, 1, 2, 3 immer zwischenreihen spielen. Also quasi den prägnanten Basslauf. Okay, meine Lieben, das war's für diese Woche mit unserem Wikileak bei www.playgitar.de. Wir sehen uns nächste Woche. Rock'n'Roll!